Wer traut sich, die neue Beta von Home Assistant zu installieren? Ja, dann muss ich es wohl machen, alles klar. Also, in diesem Video schauen uns die neuen Beta-Updates vom Home Assistant Release 2025.6 an. Wie immer, hier der Disclaimer, passt mit diesen neuen Updates von Home Assistant immer auf, wartet immer bis eine Punkt 3 oder Punkt 4 hinten dran ist und dann solltet ihr eigentlich relativ safe sein. Der verrückte Typ, hier vorne am Mikrofon ist der Ur. Willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Lasst uns nun gemeinsam das neueste Update von Home Assistant anschauen. Und wenn ihr zukünftig solche Videos, solchen Content gar nicht mehr verpassen möchtet, wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal. Ansonsten filmen wir ab. Wie ihr wisst, benutzen wir Home Assistant bei uns zu Hause nicht mit einer Sprachbox oder hier an einem Wall-Display, sondern hier auf dem Smartphone. Und ihr seht schon, ich habe hier eine ziemlich coole Hülle von Torras. Das habe ich mir im Dezember selber gekauft, so als Weihnachtsgeschenk für mich selbst. Jetzt gibt es aber eine neue Version dazu. Torras bietet nicht nur eine hervorragende Stoßfestigkeit, sondern auch ein drehbares Standarddesign. Highlight des Ostern-Spin ist, dass man es wirklich auf jede erdenkliche Art und Weise hinstellen, hinlegen, neigen kann, so wie es für den Moment gerade braucht. Toll ist, dass die MagSafe-Ladefunktion von meinem iPhone weder im horizontalen noch im vertikalen Zustand hier beeinträchtigt wird. Auch MagSafe-Powerbanks, wie das zum Beispiel von Torras, funktionieren hier einwandfrei. Auch kann der Ring genutzt werden, um hier das iPhone besser zu greifen. Mein persönliches Highlight ist aber hier die Magnetfunktion des Ringes, womit ihr es an metallischen Gegenständen festmachen könnt. Und das Highlight meiner Frau ist, dass man mit dieser Hülle ohne Probleme auch die schönen Loops von Torras nutzen kann, ohne dabei die Ladefunktion zu verlieren. Und wenn euch jetzt hier das O-Spin-Case von Torras neugierig gemacht hat, dann unten in der Beschreibungsbox findet ihr den Link. Derzeit gibt es auch 15% hier für dieses Case und dann könnt ihr euch das anschauen und auch ausprobieren. Und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß damit. Eine Neuerung aus diesem Release baut auf eine Neuerung aus dem Release zuvor auf. Und zwar erinnert euch noch, dass wir zusätzliche Informationen bekommen haben, wenn wir hier so ein Dropdown-Menü geöffnet haben. Wie ihr gesehen habt, ging das vorher nur für Entitäten. Jetzt kommen aber Bereiche, Kategorie, Stockwerke, Label, Benutzer und Geräte hinzu. Und wenn ich einen Release zurückspringe, sah das zuvor so aus. Die Person Smartzeug und hier das Gerät Bartrolladen links. So weit so unspektakulär. Wenn ich jetzt ins neue Release springe, sehe ich bei der Person jetzt auch ein Logo und auch bei einem Gerät sehe ich hier Logo von Integration. Und zusätzlich, wie eben erwähnt, habt ihr das auch bei Bereiche, Kategorie und Stockwerk. Cool ist, wenn wir jetzt hier durch die Geräte und so weiter durchscrollen, dann sehen wir hier die unterschiedlichen Logos, was ich persönlich schon ziemlich cool finde. Die nächste Neuerung ist hier richtig was fürs Auge. Der ein oder andere denkt sich, hey, was macht denn hier dein Zigbee-Netzwerk? Ja, nicht ganz. Das ist nicht mein Zigbee-Netzwerk. Denn Zuschauerinnen und Zuschauer von dem Kanal werden wissen, dass ich hier nicht so viel Zigbee betreibe. Das hier, was ich jetzt gesehen habe, ist für Bluetooth. Ihr könnt nun nicht nur sehen, welche Geräte bei euch zu Hause Bluetooth erweitern und Bluetooth zur Verfügung stellen, sondern auch mit welchem Gerät hier die Bluetooth-Geräte verbunden sind, um hier eine Verbindung zu Home Assistant zu haben. Über Scanner könnt ihr sehen, welche Geräte hier eure Bluetooth-Verbindung mit Home Assistant erweitern. Und wenn ihr dann auf bekannte Geräte drückt, dann könnt ihr sehen, mit welchem Gerät hier das Bluetooth-Gerät verbunden ist. In dem Fall mein Shelly Blue DW-Weiß verbindet sich hier mit dem Terrassenrollladen mit meinem Home Assistant-System. Aber das ist noch nicht alles. Ihr könnt auch sehen, welche unbekannten Geräte das System bisher so wahrgenommen hat, aber diese noch nicht mit eurem Home Assistant verbunden wurden. Was haltet ihr davon? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Ich persönlich finde das ziemlich cool. Bei den Updates zuvor kamen im Bereich Dashboards hier dieser Bereiche experimentell als Dashboard hinzu. Das wurde nun weiterentwickelt und verbessert. Neben den Standard-Kategorisierung wie Beleuchtung, Abdeckung, Klimatisierung, haben wir nun zusätzlich Media Player hinzubekommen, wo dann eure Media Player aus dem jeweiligen Raum hier gruppiert werden. Und das noch nicht genug. Jetzt werden nach Automation 10 Skripte, die ihr dem jeweiligen Bereich hinzugefügt habt, in meinem Fall Wohnzimmer, dann auch hier dargestellt und können dann direkt angesteuert werden. Jetzt könnte man denken, das ist schon super und jetzt schauen wir noch ein Stück weiter nach rechts, denn wir haben hier den Bereich Andere. Das sind so eure Helferlein, die ihr hier für diesen Raum, für diesen Bereich spezifiziert habt und auf diese habt ihr dann auch hier Zugriff. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, dass ich dieses Dashboard eigentlich mit einem Klick erstellen kann, dann ist es eine riesen Erleichterung für Leute, die hier mit Home Assistant frisch starten. Der nächste Punkt betrifft hier die Art und Weise, wie ihr Home Assistant benutzt. Denn die Installationsmethoden Core und Supervised werden zukünftig nicht mehr unterstützt. Ihr bekommt dafür noch Updates bis zum Dezember 2025 und danach wird es dafür keine Updates mehr geben. Das heißt, die sind nicht Schrott. Ihr werdet aber einfach die neuen Updates, die ich euch dann präsentiere, nicht mehr auf den Systemen, die Core oder Supervised nutzen, bekommen und nutzen können. Home Assistant setzt hier mehr auf Home Assistant OS und den Home Assistant Container. Ähnliches betrifft hier einige 32-Bit-Architekturen, die auch nicht mehr zukünftig unterstützt werden. Und wenn euch das Ganze betrifft, dann bekommt ihr nach der Installation von diesem Home Assistant Release einen Reparaturhinweis und bekommt Unterstützung unter anderem zur Migration und wie ihr das Ganze auf ein neues Unterstützungssystem rüberbringen könnt. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Na, wisst ihr noch, wie ihr diese Punkte bearbeiten könnt? Richtig, ihr haltet hier oben gedrückt und dann könnt ihr das Ganze wegklicken oder auch wieder hinzufügen. Und dann wurde das hier für diesen Bereich übernommen, aber zum Beispiel nicht auf meinem Handy oder auf meinem anderen Tablet und so weiter. Das ändert sich jetzt mit diesem Release. Denn wenn ihr zukünftig hier oben das Ganze gedrückt haltet, bekommt ihr nun ein Pop-Up. Und ihr könnt die Bereiche, die ihr nicht sehen möchtet, hier über das Auge deaktivieren und die Bereiche, die ihr sehen möchtet, könnt ihr einfach mit dem Auge aktivieren. Und wenn ihr dann eine andere Reihenfolge haben möchtet, könnt ihr das Ganze auch per Drag & Drop machen, speichern und dann wird das Ganze übernommen. Aber das ist noch nicht alles. Haltet euch jetzt fest, die Einstellung, die ihr hier vorgenommen habt und gespeichert habt, wird hier unten bei diesem Profil gespeichert. Und das bedeutet, bei allen anderen Geräten, wo ihr mit diesem Profil unterwegs seid, wird diese Einstellung direkt mit übernommen und ihr müsst das nicht mehr auf unterschiedlichen Geräten und so weiter verändern. Einmal angepasst auf allen Geräten, mit dem Profil nutzbar. Das ist richtig smart. Ein Update mit diesem Release bekommt hier die Medienkarte. Denn ihr könnt, wenn ihr hier auf dieses Icon draufdrückt, multiple Lautsprecher zu einer Session hinzufügen und gruppieren. Das bedeutet, ich kann nun hier mein HomePod Mini mit dem JBL oder auch mit den Lautsprechern von meinem MacBook Pro gruppieren und dann die Musik hier aus diesen Geräten gleichzeitig abspielen lassen. Außerdem bekomme ich dann auch hier den Hinweis, dass hier drei Geräte gruppiert wurden. Und wenn ich das nicht möchte, kann ich das Ganze auch wieder deaktivieren. Diese Funktion wird aber noch nicht von allen Lautsprechermodellen im Markt unterstützt und das wird peu a peu ausgebaut. Also seid nicht traurig, wenn bei euch zu Hause nicht alle Lautsprecher direkt hier ansteuerbar und gruppierbar sind. Die nächste Verbesserung betrifft hier die Entitäts-ID der Geräte. Wenn ihr eure Entitäts-ID früher mal verändert habt und möchtet den ursprünglichen Zustand wieder haben, dann ist das nun möglich. Ihr habt nun hier einen Knopf und wenn ich den draufdrücke, dann wird die ursprüngliche Entitäts-ID wiederhergestellt. Das ist wunderbar. Aber es wäre ja sehr mühselig, für jede Entität hier das manuell wieder zurückzusetzen. Also hat man sich gedacht, machen wir einen Knopf, wo wir alle veränderten Entitäts-IDs mit einem Knopf zurücksetzen können. So macht das Smart Home noch mehr Spaß. Wenn ihr zum Beispiel ein HomeSense-System neu aufgesetzt habt, dann erinnert ihr euch noch, ist im Bereich Entdeckt eine komplette Wand an Integration, die hier hinzugefügt werden möchten. So wie hier zum Beispiel mein Android TV Remote. Früher war das ja random, wie das Ganze nun sortiert wurde. Mit diesem Release wird das Ganze alphabetisch sortiert. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, finde ich persönlich aber ziemlich cool. Mit dem Release Home Assistant 25.6 wurden weitere Integrationen hier ins System hinzugefügt. Zum Beispiel Amazon Devices, womit ihr zum Beispiel eure Fire-Geräte oder Echo-Geräte hier hinzufügen könnt. Darüber hinaus ist nun die Integration in mich verfügbar. Außerdem hat das Paperless NGX als Integration hier reingeschafft. Rope Plus ist nun auch mit dabei. Und Simi auch. Es kommt auch eine neue virtuelle Integration hinzu. Und das ist hier Kaiser Nienhaus, welche über Motion Blinds verfügbar ist. Werfen wir auch einen Blick in die Verbesserung bestehender Integrationen. Und hier wird es besonders spannend im Bereich ESP Home. ESP Home-Geräte, die batteriebetrieben sind, gehen normalerweise in einen Tiefschlaf. Es gibt nun die Möglichkeit, mit diesem Release diese batteriebetriebenen ESP Home-Geräte aus ihrem Tiefschlaf aufzuwecken und die Werte zu aktualisieren. Richtig spannend wird es hier bei der SmartThings-Integration, denn es gibt nun eine Fülle an Unterstützung für neue Geräte mit SmartThings hier aus dem Home Assistant heraus. Ähnlich ist es hier bei der Miele-Integration, welche weitere Unterstützung für Sensoren bietet. Ganz spannend wird es für Freunde von Switchboard-Geräten, denn es wird nun der Saugroboter unterstützt und außerdem die neuen Schlösser Log Ultra und Log Light. Einen Punkt hier aus der Liste kann ich sogar direkt in meinem System zeigen und zwar beim Kostal Plentycore gibt es nun die Möglichkeit des Installer-Logins und der sieht dann wie folgt aus, wenn ihr hier über die Kostal-Integration ein neues Gerät hinzufügen möchtet, dann könnt ihr nun neben der IP-Adresse und dem Passwort nun auch den Installateur-Code hier hinzufügen und habt dann weitere Möglichkeiten mit euren Wechselrichtern von Kostal. Wenn ihr ein Backup über euer System erstellt und nicht alle Add-Ons oder Ordner hier erfolgreich ein Backup erstellen können, dann bekommt ihr dazu nun einen Reparaturhinweis. Außerdem gibt es ja die Möglichkeit, dass sich Add-Ons automatisch aktualisieren und wenn das der Fall ist, dann wird auch automatisch dazu ein Backup erstellt. Das Ganze wird kompletiert von einer neuen Event-Entität, welche euch anzeigt, wann das letzte automatische Backup erstellt wurde. Freunde von der Template-Integration dürfen sich riesig freuen, denn diese hat eine Fülle von neuen Möglichkeiten und Verbesserungen erhalten. Kommen wir nun zu den Backward-Incompatible Changes. Normalerweise sind es Multiple-Einträge, in diesem Fall derzeit nur eins. Wenn euch das betrifft, kommt hier in das Dokument. Den Link dafür findet ihr unten in der Beschreibungsbox und dann könnt ihr euch das durchlesen und dementsprechend für euer System Vorkehrung treffen. Und wenn ihr alle Änderungen aus diesem Release euch durchlesen möchtet, dann packe ich euch den Link zum Full-Change-Log unten in die Beschreibungsbox und dann könnt ihr das in aller Ruhe studieren. Und wenn euch das Ganze viel zu viel ist und ihr nur die Hälfte verstanden habt, dann könnt ihr natürlich zu den offiziellen Foren von Home Assistant gehen. Diese sind aber auf Englisch. Wir haben aber für euch mit anderen YouTubern hier ein Forum gegründet. Dort könnt ihr reinkommen, dort bekommt ihr Unterstützung und dann könnt ihr euch gegenseitig helfen und auch anderen eine Hilfe für ihre Probleme sein. Und für dieses Forum spiele ich euch jetzt ein kurzes Video ab und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch heute noch registriert. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch App-Support unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch! Das war's auch schon mit dem Homerson Release 20 25.6. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zum Fazit. Ja, das war's auch schon. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Kommen wir nun zum Fazit zu diesem Release. Und mich persönlich würde interessieren, wie fandet ihr hier die Neuerung aus diesem Release? Packt mir gerne unten eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich riesig, immer mit euch auszutauschen und hier neue Perspektiven kennenzulernen. Ansonsten, wenn ihr mich fragt, ich persönlich finde zwei Sachen ziemlich cool. Die sind eigentlich relativ klein, aber an sich ziemlich mächtig. Zum einen die Veränderung der Seitenleiste, dass wenn man es jetzt einmal verändert und speichert, es für alle Geräte übernommen wird. Endlich! Dankeschön, liebe Entwicklerinnen und Entwickler! Und der zweite Punkt ist hier die Gruppierung von Lautsprechern, denn dann kann man richtig einen Party-Modus, Disco-Modus hier bei sich zu Hause machen. Und gerade dann, wenn man Besuch hat, kann man dann hier die volle Power von Home Assistant live demonstrieren. Wer wollte das nicht schon immer mal machen? Wenn euch dieses Video geholfen hat, hier die neuesten Updates besser zu verstehen, über ein Like würde ich mich riesig freuen, als Dankeschön, denn es war wirklich sehr viel Arbeit. Ansonsten, wenn jemand anderes auch diese News, diese Updates gar nicht mehr verpassen sollte, nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich denke, die sagen schon mal Dankeschön. Somit wären wir durch. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.